Es ist der Auftakt für die Bayerischen Energietage. Heute ist sozusagen der Start hier auf dem Marienplatz bei uns in München. Wir machen den Startschuss für die Bayerischen Energietage hier am Marienplatz in München, um vielleicht auch viel Laufkundschaft zu erwischen, um auch der Stadtbevölkerung zu zeigen, was Energiewende bedeutet. Wir müssen dorthin, wo viele Menschen sind und deswegen heute der Auftakt hier im Herzen Münchens. Wir haben verschiedene Stationen, die könnt ihr euch anschauen. Ihr könnt die sogar ausprobieren, selber Energie erzeugen, ob beim Radeln oder beim Rudern zum Beispiel. Auch richtig, richtig lustig und geil. Unser Energy Floor dürft ihr auch auf jeden Fall ausprobieren. Kinetische Module, wenn man sich drauf bewegt, wird Energie erzeugt und damit wir den richtig mit viel Energie aufladen, kommen immer wieder Tanzgruppen vorbei. Wir wollen mit den Bayerischen Energietagen zeigen, dass die Energiewende eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Weil es sich lohnt, die Vielfalt der Energieproduktion in Bayern kennenzulernen, zu sehen, wie weit wir schon sind bei der Energiewende und zwar ganz konkret. Und das ist auch ein zweiter Punkt, einfach die Macher kennenzulernen. Über Energiewende zu reden, bringt gar nichts oder irgendwelche Ziele 2050, 2060 abzustecken. Energiewende beginnt jetzt und zwar mit jedem von uns und das kann man lernen bei den Energietagen.